Geschätzte Berufskolleginnen und Berufskollegen, als Leiter einer Landwirtschaftsschule habe ich einen Auftrag. Und der Auftrag gegen meinen Studenten, die vier Jahre bei uns lernen, für meine Studenten ist, ich muss ihnen den Boden erklären. Das ist die Mutter der Landwirtschaft und der Umgang des Bodens bestimmt, wie lange man noch Landwirtschaft betreiben kann und wie lange der Mensch noch ein Leben hat auf dieser Welt. Und die Bäuerinnen und Bauern sind die Verwalter und die Könner und die Experten und die Künstler, um diesen Boden zu pflegen, sodass er auf der einen Seite Ertrag bringt und auf der anderen Seite besser wird und an Fruchtbarkeit gewinnt. Ein guter Boden ist das Gegenteil einer Erdölquelle. Man kann von ihm wegnehmen und er wird beim Nehmen besser. Das ist, wie wenn man eine Erdölquelle bei der Ausbeutung eigentlich füllt. Das ist Boden. Und dieser Boden ist zuständig für das Reinigen des Wassers. Das ist eine seiner hohen Aufgaben. Wasser, das verschmutzt ist, das müde ist, das zu reinigen, zu filtern und dann als sauberes Wasser wieder der Pflanze, dem Leben zur Verfügung zu stellen. Und darum ist die Bodenpflege, ist die Mutter aller Trinkwasserfragen. Und darum ist es wunderbar, dass wir in der Schweiz so viele gute Bauern haben, die sich um den Boden kümmern. Und es ist wunderbar, dass wir jetzt eine Initiative haben, die diese Bauern unterstützen will, die sich um diesen Boden wirklich messbar kümmern und die Verantwortung für den Boden übernehmen. Es gibt keinen Grund für einen Bodenexperten, gegen diese Initiative zu sein. Es gibt keinen Grund für einen Konsumenten oder eine Konsumentin, gegen diese Initiative zu sein. Und es gibt insbesondere keinen Grund, als Biobäuerinnen und Biobauern, als Experten und Hüter des Bodens, gegen diese Initiative zu sein. Wir übernehmen endlich Verantwortung für den Boden, auf dem wir stehen. Und aus diesem Grund, meine geschätzten Damen und Herren, werden wir zusammen, Sie und ich, miteinander für das Trinkwasser Ja stimmen.